So, die Sonne scheint, der Akku ist voll, es ist ein wunderschöner Tag und er ist noch schöner, weil ich bei Edo bin. Ich habe in den letzten 20 Jahren zweimal versucht, Kartoffeln anzubauen. Einmal erfolglos als Student in einem Kübel auf dem Balkon, da kamen nur kleine raus und kaum mehr als die, die ich reingesteckt habe. Und ein zweites Mal, nachdem wir unser Haus gekauft haben, vor zwölf Jahren im Vorgarten, im Garten, im Rasen was freigemacht. Und ich glaube, da waren ganz viele kleine Löcher in den Kartoffeln, die da waren und ich würde es gerne wieder probieren. Und ich habe bei Edo gesehen, du hast hier wunderschöne Kartoffeln, du bist quasi ein Gartengroßmeister. Oh wei! Praxisorientiert. Prall nicht so. Doch, das darf ich mal machen. Und ich würde gerne von dir, von unseren Zuschauern erfahren, wie kann man erfolgreich Kartoffeln im Freiland anbauen? Wie bereitet man das Beet vor, vorziehen oder nicht, anhäufeln, wie tief rein und so? Hast du Sortenempfehlungen oder den Boden, Nährstoffe, alles sowas? Das gebe ich dir mit und vielleicht auch die häufigsten Fehler, die man deiner Meinung nach machen kann, so wie ich es so wahrscheinlich gemacht habe. Naja, dann wollen wir mal anfangen. Ich habe in diesem Jahr im Baumarkt einen sehr schön aufgebauten Stand mit vielen Sorten. Und das hat mich verführt, fünf neue Sorten auszuprobieren. Wir sehen hier, ich habe die schon im Laufe der Woche gerodet und damit die nicht grün werden, habe ich die mit schwarzer Folie abgedeckt. Die lüfte ich jetzt mal und dann können wir bei dem anfangen, wo man beim Anbau von Kartoffeln als erstes dran ist. Denn das erste ist, wenn man Kartoffeln anbauen will, pflanzen will, anbauen ist ein bisschen übertrieben, aber Pflanzen im Garten, muss man sich im Klaren sein, was für Sorten möchte ich haben. Früher, mittelfrüher oder Einkellerungskartoffeln und möchte ich mehligkochende oder festkochende. Das sind die grundsätzlichen Voraussetzungen, erst mal wenn man Kartoffeln anpflanzen will. Also quasi von früh bis spät und von festkochend bis mehligkochend? Ja. Okay. Und dann noch Farbunterschiede, ne? Es gibt enorme Farbunterschiede, die wir gern angepflanzt haben. Schon jahrelang ist die Laura, diese rotschalige, die ist aber mit gelbem Fleisch. Also die ist nur rot außen. Aha. Und wenn man Bratkartoffeln machen würde, sehen die gekocht genauso aus wie normale Kartoffeln. Ja. Es gibt aber auch rotfleischige, blaufleischige, nur für meine Frau und mich kommt das eigentlich nicht in Frage. Aber also die Laura habt ihr schon seit Jahren? Die Laura machen wir schon mehrere Jahre mit Unterbrechungen zwar, aber das ist eine der ertragreichsten Sorten. Okay. Und die anderen hast du neu ausprobiert, weil du die im Baumarkt gesehen hast? Ja, genau so ist es. Und da hat sich eben, also angefangen bei der ganz frühen, muss ich hier nochmal aufmachen. Dieses hier ist Laura, die beste Pflanze, die ich dieses Jahr hatte. So viele Kartoffeln habe ich selten mal von einem Busch. Von einer einzigen Pflanze? Von einer Pflanze. Also du hast eine Kartoffel reingesteckt? Eine Kartoffel, das ist normale Pflanzkartoffelgröße und da sind so viele Kartoffeln rausgekommen. Wow. Das ist aber nicht die Norm. Nee. Die Norm ist etwa die Menge. Von einer einzigen Kartoffel? Von einer Kartoffel. Ach ja, und nee. Doch, solche und solche Löcher hatte ich dann überall und ganz viele. Das sind Drahtwürmer. Drahtwürmer, ja. Da kommen wir vielleicht später mal zu. Ja. Du wolltest jetzt, was ist denn früh und was ist spät? So. Ist das der Reisezeitpunkt oder die Aussaat? Nein, früh ist diese Celina, das ist eine frühe. Und früh heißt, man kann früh ernten? Man kann früh ernten. Die sind genauso gepflanzt wie die anderen. Die sind nur früher erntereif, haben aber auch dementsprechend geringeren Ertrag. Was heißt denn bei einer Kartoffel eine frühe Ernte? Wir sind ja jetzt Mitte September. Die frühe Ernte, die kann man auch sehr früh pflanzen. Da kommen wir nachher nochmal bei der Vorkultur drauf. Wenn man die Frühpflanzen ein bisschen geschützt hat, kann man die zum Ende der Spergel ernten. Kann man hier bei uns schon Kartoffeln ernten. Und das ist dann schon? Das ist Juni. Juni. Ende Juni, Anfang Juli, dann kann man hier schon früh Kartoffeln ernten. Wow. Und du hast die aber trotzdem jetzt drin gelassen? Ich habe schon seit der Zeit geerntet. Ach, du hast immer schon mal welche? Ich habe, wenn das beginnt, dann rote ich drei Hörste, die verbrauchen wir und dann werden die nächsten drei Hörste gerodet. Okay, also man kann sie auch länger stehen lassen? Man kann die auch länger stehen lassen, nur zum Einlagern ist die nicht so gut geeignet. Okay, also der Nachteil ist, dass sie nicht so dick wird oder nicht so viele macht? Ja, dass der Ertrag im Wesentlichen geringer ist als bei jeder anderen Sorte. Ja, auch wenn du sie genau so lange stehen lassen würdest? Auch wenn man sie so lange stehen lassen würde, so wie jetzt. Also es sind jetzt immer noch sehr viele kleine Kartoffeln drin. Einige sehr große auch, aber die Celina, wir werden im nächsten Jahr eine andere Sorte, eine frühe ausprobieren. Okay. Die wollen wir nicht wieder, der Ertrag ist einfach zu gering. Die Monique ist auch eine frühe, die etwas später zu ernten ist, aber eine sehr schöne, schmackhafte Kartoffel, auch gelbfleischig, festkochend. Also wir haben nur festkochende. Mehligkochende haben wir gar nicht dabei, das mag meine Frau nicht. Nee, die würde man für andere Gerichte wahrscheinlich dann nehmen, oder speisen. Wir nehmen aber auch die festkochenden für Suppen. Unterscheiden sich fest- und mehligkochende überhaupt im Anbau oder nicht? Nein, im Anbau gar nicht. Okay, dann brauchen wir da gar nicht drüber reden. Nein, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Und die Monique, das sieht jetzt weniger aus als bei den anderen. Da haben wir aber etwa die Hälfte schon aufgegessen. Und die hat euch vom Geschmack sehr gut gefallen? Die hat uns vom Geschmack sehr gut gefallen. Okay. Bei den anderen kann ich vom Geschmack, außer bei Agria, noch nichts sagen. Denn die Agria hatten wir schon mal. Ja. Das ist die. Die ist von den Hellen die ertragreichste. Und viele große, ne? Ja. Wenn man sich überlegt, das ist jedes Mal in einer Kiste sind von zehn Saatkartoffeln. Oh. Das war das Interessante bei diesem Angebot im Baumarkt, dass das immer eine Einheit von zehn Knollen war. Mhm. Und jetzt kann man das sehr schön vergleichen. Ja. Also die Agria ist sehr gut im Ertrag, mengenmäßig und auch von der Größe sehr schön. Die Ottolia, die ist auch gut im Ertrag, aber von der Menge her Kartoffeln weniger als bei der Agria. Dafür aber auch sehr große dabei. Mhm. Sogenannte Pufferkartoffeln. Aha. Zu der Bernier muss ich sagen, die ist im Ertrag mittelmäßig, aber ist sehr empfindlich. Da kommen wir zwar nachher nochmal zu, bei Krankheiten, aber das sind die Kartoffelfäule. Sie sind so matschig. Die sind, die werden faul, matschig. Im Boden. Im Boden. Und wenn du sie rausholst, holst du dann so einen Schleim irgendwie raus. Ja, und das ist nur bei der einen Sorte. Ah. Also die Sorte werden wir auf keinen Fall wieder mitnehmen. Ja. Denn das ist, äh. Das war, welche war das? Diese Bernier. 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 Ja, interessant. Und dann hast du hier hinten noch eine Bio-Sorte stehen? Ja, die, die Sorte, die haben wir, äh, die Gunder, haben wir einmal als normal und einmal als, als Bio. Also da war die Saatkartoffel, war aus dem Bio-Anbau. Die Saatkartoffel ist aus dem Bio-Anbau. Aber wirkt sich weder im Ertrag noch in der Größe irgendwie aus. Ja. Das ist eben nur der, der, äh, Saat-Anbau ist eben auf Bio-Basis. Genau, das ist ein Prädikat, dann kann man, wenn man möchte, da ein bisschen mehr für bezahlen, dass die die biologische Anbauten haben. Das sollte eigentlich eine andere Sorte sein, aber meine Frau war mit dabei, die hat die ausgesucht und ich hab die, die normale ausgesucht. Ah. Passiert halt. Okay. Also das ist im Grunde genommen zu der Sortenvielfalt, die ich gepflanzt habe, alles was ich dazu sagen kann, ne? Hattest du schon mal eine blaue ausprobiert? Nein. Ah, okay. Äh. Dann brauchen wir auch nicht drüber reden. Nein, das sind einfach, also die einzige ist die Laura und zu der Laura sind wir eigentlich gekommen, äh, weil die, die von dem Verkäufer empfohlen wurde. Da sah die aber nicht rot in der Schale aus, sondern war auf Heideboden gewachsen, die Seitkartoffel. Und dann ist sie fast wie eine normale. Und gemerkt habe ich es erst, als ich sie gerodet habe, dass das alles Rote sind und das ein super Ertrag war. Ja, klasse. Du wolltest uns ja auf den gesamten Weg mitnehmen, wo du sagen würdest, die Laura wirst du auf jeden Fall wieder nehmen und die dir wahrscheinlich sehr gut geschmeckt hat. Die Agrial nehmen wir auf jeden Fall auch wieder und die Monique auch. Bei den anderen müssen wir die Geschmäcker erst mal ausprobieren. Oder ihr probiert dann noch mal neue. Oder wenn sie euch gut schmecken natürlich. Außer die, die die Fäule hatte, die Nina, die ist draußen. Die Fäule, die nehmen wir auf keinen Fall wieder. Nee, das ist nicht so schön. Und jetzt würdest du die irgendwie als Saat gut oder wie geht es dann weiter? Bei einigen Sorten würde ich Saat nehmen. Und zwar, warte mal, ich hole mal eine kleine Kiste, dann kann man das besser sehen. Die brauchen wir nachher sowieso noch mal. Hier bei der Gunda kann man das sehr schön... Das ist die äußerste Größe. Größer sollen sie auf keinen Fall sein. Ach, Saatkartoffeln sollen gar nicht die größten sein? Nein. Und das sind Ideale. Und warum nicht größer? Diese beiden Größen würde ich immer als Saatkartoffeln raussuchen. Das wäre mir schon ein bisschen groß. Was passiert denn dann, wenn die zu groß sind? Wenn du sie kaufst, die werden ja per Kilo gekauft, dann hast du weniger Kartoffeln da drin, die größer die sind. Aber im Anbau macht sich das gar nicht bewertet. Okay, also wenn man selbst zurücklegt, könnte man auch größere nehmen. Ja, wenn man will, wenn man genügend hat, kann man auch die größere nehmen. Nur wahrscheinlich ganz kleine sollte man nicht nehmen, weil da steht ja die Kraft drin zum Auszeiten. Also diese kleinen, die ich jetzt mal so in der Hand nehme, die würde ich niemals als Saatkartoffeln nehmen. Auch nicht, wenn ich zwei zusammen als einen Busch mache. Die wären mir einfach zu klein. Ja. Und da war eine dabei, die war grünlich. Die war wahrscheinlich weit oben oder schon freigelegt. Wo hast du denn hier mit? Die ist doch so grünlich auf der einen Seite. Die lag wahrscheinlich an der Oberfläche. Das Grüne kommt, wenn die Kartoffel an der Oberfläche liegt, dann bildet sich Chlorophyll. Und das ist nicht ungenießbar, aber schmeckt nicht mehr gut, die Kartoffel. Darum waren die ja auch nach dem Roden abgedeckt. Ja. Ja, beim Pflanzen ist es so, man muss das Beet erstmal... Oder erstmal lagern noch. Lagern im Keller bei 8 bis 10 Grad. Je kühler, je besser ist es. Aber nicht einstehen. Frost dürfen sie auf keinen Fall kriegen, denn dann schmecken sie süß. Und faulen manchmal auch oder faulen leichter. Ja. Ja. Je kühler der Raum ist, je dichter ein Mülldraht rankommt, je länger wird das Keim verhindert. Je wärmer, je eher fangen es an zu keimen. Also wenn man einen Keller hat, der sehr warm ist, der eignet sich nicht unbedingt für Kartoffeln. Einlagerung. Dann ist es besser, man verbraucht zu vorher. Und hast du zwei Lagerorte für Saatkartoffeln und für Esskartoffeln? Nein. Also wenn, in der Regel mache ich das so, in diesem Jahr wird das anders. Wenn ich von der Grunde meinetwegen Saatkartoffeln wieder haben will, denn jetzt bevor sie eingelagert werden, wird so eine Kiste voll Saatkartoffeln aussortiert, dann hat man die nicht immer wieder dazwischen. Sonst, wenn man das nicht macht, bleiben am Ende nur ganz kleine oder ganz dicke. Wenn man die anderen in der Küche verbraucht hat. Die anderen sind in der Küche verbraucht, genau so ist es. Oder man kauft sie dann einfach wieder im Frühjahr. Ja. Das ist zwar etwas teurer, man kann aber durchaus drei Jahre hintereinander von den eigenen Kartoffeln immer wieder auslesen. Aber dann sollte man ruhig neue kaufen. Denn die Widerstandskraft lässt immer mehr nach. Die Empfängnis für Pilzkrankheiten wird immer größer. Ja, okay. Jetzt die Vorbereitung des Bodens, das fängt praktisch im Herbst schon an. Der Boden sollte nicht, früher hat man immer gesagt, der muss tiefgründig umgegraben werden im Herbst. Das macht man heute nicht mehr. Man lockert nur die Oberfläche auf, aber es sollte möglichst sauber sein. Das heißt also, möglichst wenig Kraut drauf sein. Hast du das irgendwo schon vorbereitet in deinem wunderbaren Park hier? Nein, ich habe noch gar nichts vorbereitet. Und wenn man die Möglichkeit hat, frischen Mist zu kriegen, dann sollte man den vor dem Pflanzen einarbeiten. Tierart ist egal? Tierart ist im Grunde genommen egal. Und dann direkt vor dem Einpflanzen einarbeiten? Ja, also am besten ist es im ganzzeitigen Frühjahr, sobald man aufs Land kann, den Mist einarbeiten, aber nicht tief untergraben. Das ist nicht gut. Aber wenn man hat einen Kultivator, das einziehen und der ein bisschen, dass der Mist im Boden mit ist, dann fängt der schon so ein bisschen an zu verrotten. Und dann pflanzt man die auf den frisch vorbereiteten Boden oder in den frisch vorbereiteten Boden. Für mich ist das immer, ich arbeite mit einer Fräse. Ich fräse das Ganze auf etwa 20 Zentimeter tief. Und da werden die dann reingepflanzt. Reihenabstand 70 Zentimeter. Und in der Reihe zwischen 30 und 35 Zentimeter. Aha, okay. Und lässt du vorkeimen? Ja, ich keime diese kleine Kiste. Da sind immer die, die vorgekeimt, aus diesen Tüten raus, etwas Erde unten rein. Man guckt dann schon mal, wo sitzen die Augen. Hier ist gerade eine. Da ist oben schon der Ansatz einer von Augen. Das ist eigentlich ungewöhnlich. In diese Jahreszeit sind die eigentlich keine. Aber hier kann man das zur Demonstration. Und dann ist die extra so gewachsen. Und dann legt man die so in die Erde oder auf die Erde, dass die Augen nach oben zeigen. Und dann streut man noch ein bisschen Erde drüber. Die brauchen nicht ganz zugedeckt sein. Und hält das Substrat dann immer schön nass. Und das dann im Licht oder im dunklen Keller weiter? Im Licht. Im Licht, aber noch kühl? Oder schon wärmer? Nee, kann ruhig wärmer sein. Und wann darf ich damit loslegen? Im Januar, wenn ich Lust habe und auf Garten? Damit fängt man an Anfang April. So spät erst? Ja. Anfang April. Denn vor allen Dingen, wenn man sie warm hinstellt, dann sind die in 14 Tagen, dass die Augen schon richtig kräftig sind oder gar getrieben sind. Und vor Anfang Mai sollte man gekeimte Kartoffeln nicht setzen. Denn die kommen ganz schnell raus. Und die ersten 14 Tage im Mai kann es immer noch Nachtfröste geben. Ja, bis zu den Eisheiligen. Bis zu den Eisheiligen. Aber Anfang Mai dürfte ich sie schon ins Freiland rauspflanzen? Man kann die dann schon pflanzen. Denn die haben ja dann nur vielleicht zwei Zentimeter Triebe. Und so viel kommt die Kartoffeln sowieso unter die Erde. Ja, wie tief? Du hast die Reihenabstände genannt und in der Reihe? In der Reihe. Wie tief? Und dann so, dass die Kartoffel mindestens fünf Zentimeter Erde über sich hat. Aha. Ist ja also schon relativ flach. Ja, relativ flach. Je tiefer man sie pflanzt, je länger dauert das, bis die rauskommen. Also wenn ich eine Furche mit einem Spaten mache, würde dann auch eine Furche von zehn Zentimeter reichen? Ja, ich mache das Ganze immer noch konventionell, traditionell mit einer Kartoffelhacke. Ich hacke ein Loch. Willst du das sehen? Ja. Kartoffelhacke habe ich nämlich da hinten liegen. Unbedingt. Ich komme hier wieder her, das müssen wir da auf dem Gefrästen machen. Ja, machen wir. Ich laufe gerne hinter dir her. Ach, du läufst gerne hinter mir her. Das ist eine schöne Auflockerung, dann sieht man ein bisschen von deinem Garten rechts und links. Von deinen anderen kleinen Gemüsebeeten. Das ist eine typische Kartoffelhacke. Aha. Hätte ich jetzt gar nicht groß unterscheiden können von einer normalen Hacke. Eine Flachhacke. Aber früher war das einfach unsere Kartoffelhacke. So bleibt das auch. Man teilt das Beet auf. 70 Zentimeter, spannt dann eine Schnur und dann kann man, doch es geht gerade noch. So ein Loch. Das ist schon für die erste Saatkartoffel? Das ist für die erste Saatkartoffel schon das Loch. Und man geht dann immer rückwärts. Ich habe es eigentlich falsch angefangen. Das nächste Loch kommt dann. Da hin. Aha. Das ist auch wieder so eine Sache wie beim Kalken. Man stellt sich vor, was das für eine körperliche Arbeit wäre. Aber das sieht so einfach aus bei dir. Und schon hast du drei Löcher für fertig. Also wer das noch nie gemacht hat, der weiß, wenn er 100 Löcher gemacht hat. Ja. Schon. Und bei trockenem Boden, der ist wahrscheinlich steinhart. Also wenn es ein bisschen feucht ist, ist es wahrscheinlich einfach. Und es ist ja aufgefräst. Dieser ist ja auch aufgefräst. Ja. Und wenn die Kartoffel dann da drin liegt, dann legt man die. Also wenn sie ungekeimt und nicht vorgekeimt sind, kann man sie so reinschmeißen. Ja. Und dann drückt man sie einfach so ein bisschen an. Wenn sie vorgekeimt sind. Sie haben das Auge nach oben, ne? Dann kommt das Auge nach oben. Und dann muss man sie auch vorsichtig legen. Damit man das nicht abbricht. Sonst bricht man alles wieder ab. Und dann legt man die schön da rein und drückt sie so ein bisschen auf den Boden fest. Und dann wird das Ganze so zugemacht. Mehr nicht. Mehr nicht. Guck mal, und hier ist noch eine, oder? Da kommt noch mal eine kleine zum Vorschein, ja. Und wenn man... Das heißt, ich mache das immer so, ich gebe, wenn die Löcher fertig sind, bevor ich die Kartoffeln reinlege, kommt bei mir die erste Düngung rein. Und zwar mit organischem Volldünger. Aus Korner oder Hornoska. Es gibt mehrere Sorten. Hast du das auch da vorne noch stehen? Wenn du sowas empfehlen kannst, ist das so ein Granulat, so ein Vollwert? Nein, das ist, äh, ja, das habe ich auch stehen, ja. Wenn du was empfehlen kannst, können wir das ja weiter empfehlen. Komm her, dann kannst du das gleich, dann brauche ich den Sack nicht tragen. Du hast nachher auf dem Film mehr Spaziergänger als das andere. Nee, das glaube ich nicht. Das. Das ist krank. Man merkt, ich war noch nicht draußen. Ich habe im Keller gewirtschaftet. Ja. Und so sieht das aus. Und wie viel kommt dann in ein Loch? In ein Loch? So viel ungefähr. Ein Löffel. Ja. Und gleich so ein bisschen verteilt. Also nicht so als dicken Haufen dahin, sondern in das Loch reingestreut. Und wenn sie dann gekeimt rauskommen aus dem Boden, dann düng ich das erste Mal mit Blaukorn. Okay, dann schon wieder. Also dann kommt ein bisschen Blaukorn als Startdünger. Hast du denn auch noch hier rumstehen, das Blaukorn? Blaukorn habe ich nicht hier. Verwinde ich so selten, habe ich hier nicht. Aber Blaukorn kennt eigentlich so gut wie jeder. Ja, das sind so kleine. Ist das Blaukorn, ist Phosphor oder was ist da hauptsächlich? Npk 15, 15, 12, 15 oder 15, 8, 15. Also die Hauptnährstoffe. Die Hauptnährstoffe. Und sieht so aus nur bläulich. Okay, ja. Wenn wir hier sind, steht hier auch deine Fräse, mit der du dann fräst? Ja. Wenn wir die einmal... Da steht meine Fräse. Das ist also so eine Gartenfräse, ja. Ja, wenn wir im normalen Garten brauchen, das nicht, aber du... Nein, für einen kleinen Garten mit 200 Quadratmeter braucht man sowas nicht. Nee. Aber das ist quasi wie ein Flug oder ein Grubber, ein Mini? Da hinten die Walzen und die lockern das Ganze auf. Und das zieht sich dann selber, du musst quasi nur noch lenken? Ich brauche nur lenken und hinterher spazieren gehen. Ja. Wenn es mal so einfach wäre. Und die benutzt du auch relativ häufig, um immer wieder die Beete dann... Das ist mein Bodenauflockerer. Was anderes mache ich nicht mehr. Ich flüge nicht mehr. Ich fräse nur noch. Aha. Ja, interessant. Ja, mit so einem Teil habe ich noch nie gearbeitet. Ja, gut. Ist auch schon ein paar Tage alt. Ja. Stammt aus dem Anfang der 60er Jahre. Oh, und läuft immer noch. Läuft immer noch, ist zwar ein neuer Motor schon mal draufgekommen, aber läuft immer noch. Was ist das für eine Firma? Agria. Agria. So wie die Kartoffelsorte, genauso heißt die auch. Ah, okay. Ist ne süddeutsche Firma. Schön. 60er Jahre. 40, 50. Also 60 Jahre hält. Tut dir das Ding schon gute Dienste? Ja, das ist in deutsche Qualitätsarbeit. Ja. Die Firma gibt es heute übrigens auch noch. Ja. Okay, also die erste Düngergabe direkt zur Pflanzung mit ins Loch. Ja. Und dann, wenn die auflaufen, also über die Erde kommen, die zweite Düngergabe? Dann kommt die zweite Düngergabe, so etwa 25 Gramm pro Quadratmeter. Mhm. Also relativ wenig. Erstmal, während der Wachstumsperiode können die gut 50 bis 75 Gramm Dünger kriegen. Je mehr man düngt, je mehr Kraut kriegt man, aber nicht unbedingt mehr Ertrag. Okay. Also darum, beim Austreiben 25 Gramm und dann werden sie gehackt, sauber gehalten. Wie gehackt? Also im Juni oder irgendwann? Im Juni sind die draußen und dann kommt das automatisch das Kraut auch mit raus. Nebendran, ne? Und das muss man schön sauber hacken und irgendwann Ende Juni ist es soweit, dann müssen die angehäufelt werden. Und bevor man die anhäufelt, wird das Ganze nochmal sauber gehackt, dass kein Kraut mehr da drin steht. Also kein Unkraut aus dem Rohr? Kein. Quasi zwischen den Reihen? Keine Kräuter mehr dazwischen. Ja, ja. Unkraut sagt man ja heute nicht mehr. Ja, nicht, dass irgendjemand dann denkt, er könnte von den Kartoffeln das Kraut oben mit. Nein, also das Beikraut, das Unkraut wird dann, dass es sauber ist. Und dann streut man nochmal 25 Gramm von dem Blaukorn. Die braucht ja eine ganze Menge. Über die ganze Fläche rüber. Aber können wir über das Anhäufeln nochmal ein bisschen näher reden? Ja. Das ist man, um die einzelne Pflanze rum häufelt man dann ein bisschen. Dann häufelt man das Ganze. Also wenn da quasi ein Stiel rausguckt, dann würde man da ein kleines Häufchen rummachen. Naja, die sind ja dann so hoch. Ja. Und dann häufelt man die so von der Seite her an, von beiden Seiten dann, sodass hier eine Furche ist und hier eine Furche ist. Und da, wo die Pflanzreihe ist, dann die Erde erhöht wird. Die Erde wird erhöht, damit die Kartoffeln eben wirklich in der Erde bleiben. Und wenn man das Anhäufeln nicht macht, dann hat man sehr viele grüne Kartoffeln. Ah, die dann schon Licht kriegen, die grün werden und nicht mehr schmecken. Ja. Deshalb anhäufeln. Ich habe immer gedacht, man häufelt an, damit vom Stiel aus irgendwie noch mehr Kartoffeln entstehen. Nein. Das passiert. Vom Stiel her nicht. Aber die Kartoffel kriegt dann, die Pflanze kriegt dann oben auch im Laub mehr Halt. Kippt dann nicht so schnell um und fängt dann auch nicht an zu faulen. Man muss ja hier in unserer Gegend auch immer mit ein bisschen mehr Wasser rechnen. Musste man. Musste man heute ja ein bisschen einschränken. Naja, Ende Juni hatten wir hier auch wieder Starkregenereignisse. Und wenn die dann frei oben drauf stehen, dann liegen sie flach. Ja. Und wenn sie angehäufelt sind, haben sie mehr Halt. Okay, also das steht im Juni an. Ja. Und dann muss man hoffen, dass sie gesund bleibt. Denn es gibt Krankheiten, die Krautfäule, die Kartoffelkrautfäule, die grausam sein kann. Wenn man starken Befall hat, erntet man nicht viel Kartoffeln. Und das heißt, das Kraut wird braun und faul? Das Kraut kriegt braune Flecken. Und dann fangen die Blätter an und werden ganz braun. Und das kann innerhalb von ein paar Tagen sein, dass das ganze Stück so befallen ist, dass kein Laub mehr grün ist. Und dann kann man auch keinen Ertrag mehr erwarten. Ist das sortenspezifisch oder überträgt sich das dann? Ja, das überträgt sich, also wenn man es hat, über fast alle Sorten. Okay, aber es gibt schon Sorten, die ein bisschen... Aber es ist nicht viel. In der Landwirtschaft wird das so gemacht, dass von Anfang an gegen die Krautfäule gespritzt wird. Weil das zu große Schäden macht. Ja, aber im Gartenbau kann man das ja nicht gleich... Man kann dann höchstens beigehen und kann mit Brennnesseln-Sud oder Schachtelhalm-Sud, die ein bisschen widerstandsfähiger machen. Aber du sagst, da hilft fast genauso gut beten und hoffen, dass es einen nicht erwischt. Und vielleicht den Standort mal wechseln, wenn man es mal hatte. Also, das ist das Nächste. Kartoffeln sollte man höchstens drei Jahre hintereinander auf dem gleichen Standort pflanzen. Denn anschließend werden die Erträge geringer und die Krankheiten werden mehr. Ja, und ich habe ja jetzt schon von drei Düngungen gehört, die zehren wahrscheinlich auch unheimlich viel an Nährstoffen aus dem Boden, oder? Ja, darum sollte man eben wirklich am Anfang eine Missgabe geben, dann die drei Düngungen machen. Und wenn man geerntet hat, ist es nicht verkehrt, wenn man dann eine Gründüngung draufbringt. Als Winter-Zwischenfrucht? Als Zwischenfrucht, gleichzeitig Aufdüngung, zum Beispiel Lupinen oder verschiedene Erbsenarten, die Stickstoff sammeln und den Boden auch gleichzeitig noch auflockern. Und die würde man im Frühjahr dann aber wieder einfach unterhaben, ne? Im Frühjahr muss man die dann einarbeiten. Ja. Da muss man dann eben den Zeitpunkt erpassen. Senf kann man auch gut als Gründüngung nehmen, nur Senf verfriert in der Regel. Dann lässt er sich besser unterarbeiten. Genau so ist es. Aber bei Senf ist es so, wenn man Senf nach Kartoffeln sieht, das wird nicht mehr viel Grünmasse. Und andere Sachen, die eben über Winter auch weiter wachsen, bringen mehr Grünmasse. Okay, und wir hatten mit den Krankheiten angefangen. Die Krautfäule? Ja. Und da gibt es doch bestimmt noch mehr, was den Kartoffeln zu schaffen machen kann, ne? Ja, also die Krautfäule ist eigentlich die schlimmste Krankheit. Und aus der Krautfäule kommt dann auch die Knollenfäule. Denn das ist so ziemlich der gleiche Pilz. Das ist das, was wir hier gerade in dem Eimer schon gesehen haben? Das ist das, was wir da im Eimer haben. Und dann haben wir schon hier so ein Bohrloch gesehen. Kann man da irgendwas machen? Da kannst du nichts machen. Das sind einfach die Bodenlebewesen, die wir in jedem Boden drin haben. Okay. Da kann man nur hoffen, dass man möglichst wenig davon drin hat. Ja. Und gibt es nicht auch so einen Kartoffelkäfer? Der Kartoffelkäfer ist aber heute kein Thema mehr. Okay. Das war direkt nach dem Zweiten Weltkrieg war das eine ganz große Sache. Da wurden ganze Beete abgefressen. Und da mussten wir Kinder immer bei, jeden Tag zwischen die Kartoffeln mit einem Pöttchen in der Hand und die Kartoffelkäfer ablesen. Und weißt du, warum die jetzt kein Thema mehr sind? Ja, weil der Kartoffelanbau heute so professionell ist, da wird im Vorfeld gegen gespritzt. Ja. Und dann ist keine Population mehr da. Okay. Wir machen kurz Pause. Deine Frau möchte irgendwas von dir oder uns? Die ist nur neugierig. Die will auch mal gefilmt werden. Ja? Nee, wir wollen essen. Das verbrutzt sich ja sonst. Okay, also wir sind jetzt im Juni, Juli schon im Anbau. Im Anbau. Dann ist es gehäufelt. Und dann braucht man im Grunde genommen bis zur Ernte nichts mehr machen mit den Kartoffeln. Dann darf das Beikraut mitwachsen im Juli und August? Das wächst dann nicht mehr, weil die Reihen vollkommen geschlossen sind. Ah, ja. Das ist ein Kräuterdach, das ist dicht und dann kommt kein Kraut mehr. Weil die Blätter von den Kartoffeln einfach, die Pflanzen sind so groß, dass das Unkraut kaum noch. Ja, die sind so groß, dass kein Kraut mehr hochkommt. Ja, gut. Gefährlich wird es, wenn die Kartoffeln absterben und es war dann kleines Kraut drei, fünf Zentimeter hoch. Das war ja unterdrückt. Das kann dann gefährlich werden, ist bei mir in diesem Jahr, du hast es ja gesehen, dann war, das Kraut ist weg und anschließend begrünt das ganze Kraut das Beet wieder. Ja. Und dann kann man schlecht rohen. Ja. Das ist aber gleich wieder eine Gründüngung, die man... Ja, die kann man dann, wenn sie noch nicht blühen, kann man die als Gründüngung wieder unterbringen. Ja, und woher weiß ich, wann ich ernten kann? Wenn das Kraut abgestorben ist. Okay. Also... Das Kartoffelkraut? Das Kartoffelkraut. Wenn die Kartoffel blüht, dann kann man anfangen mit ernten, bei den Frühkartoffeln. Bei den Frühkartoffeln, wenn die Kartoffel blüht? Wenn die Kartoffel blüht, dann kann man in jedem Fall ernten. Okay, und bei den Nicht-Frühkartoffeln? Bei den anderen ist es so, am besten ist das, wenn das Kraut abgestorben ist. Die grünen Blätter? Die grünen Blätter abgestorben sind, das kommt zum Spätsommer immer. Also Ende September oder Mitte September? Mitte September. Also Erntezeit ist immer so 2. Septemberwoche. Jetzt verzögert sich das ein bisschen, kann man auch in 3. Septemberwoche, nicht? Ja, da sind wir jetzt quasi, ne? Da sind wir jetzt. Jetzt ist eigentlich die ideale Erntezeit und ernten möglichst, wenn es nicht regnet. Wenn es nicht regnet. Dann macht das nämlich keinen Spaß. Und dann Spaten oder Gräpe und dann einfach... Mit einer Gräpe. Alles raushebeln. Ich habe ja hier... ...noch ein paar Pflanzen stehen lassen. Ah ja, extra für uns. Danke dir. Damit du das filmen kannst. So kommen die dann da raus. Das ist sogar eine... ...von der Sorte, wo eigentlich nie so viel drunter sind. Da sind auch viele kleine, ne? Aber auch ein paar schöne. Relativ viele kleine, aber mittlere Größe ist auch ganz schön. Und ab und an sticht man mal eine auf oder kaputt, ne? Aber das... Das sollte man möglichst vermeiden, denn die Faulen. Die kriegen sofort schwarze Ränder. Ja, aber man sieht doch oben nicht, wo Kartoffeln sind. Oder hast du da im Gefühl schon... Da muss man ein Gefühl für haben. Wenn du noch siehst, wo der Stiel rauskommt... Wo der Stiel rauskommt, da geht man ein bisschen Abstand bei und rodet die dann, ne? Und dann muss man an den Seiten nochmal ein bisschen nach... ...stochern. Ach, und wenn die gar nicht so tief sind, ist das auch gut, dann kriegt man sie auch besser wieder raus, ne? Ja. Wenn man zu tief pflanzt, sind die anderen, die neuen Kartoffeln dann auch tiefer? Die wachsen nach oben dann. Die wachsen nur in dieser... Die wachsen... So diese 10, 15 Zentimeter ist das die Tiefe, die eigentlich nachher mit Kartoffeln belegt ist. Das ist der Horizont, ne? Ja. Darf ich mal da... An deinem Fuß sehe ich noch so ein Blaukorn, glaube ich, wenn das das ist. Oder ist das was anderes? Nee, nein, Blaukorn kannst du nicht mehr finden. Ja, okay. Ich dachte, das sehen wir auch. Blaukorn löst sich sofort auf. Gut, dein Mittagessen ist fast fertig. Aber ich würde noch... Gibt es die drei häufigsten Fehler im Kartoffelanbau, die man einfach vermeiden kann? Ja, äh... Man pflanzt zu dicht. 70 Zentimeter Reihenabstand ist... Das, was man eigentlich einhalten sollte, die Landwirte pflanzen heute 80 Zentimeter auseinander, man kann sie aber auch 60 Zentimeter, nur das ist zu dicht. Ja, und... Und dann in der Reihe. In der Reihe unter 30 Zentimeter auf keinen Fall. Und dann wirklich nur eine Knolle rein? Immer nur eine Knolle in das Loch. Und dann wahrscheinlich die Düngung, wenn man nicht düngt, dann hat man auch... Wenn man nicht düngt, oder je weniger man düngt, je weniger Ertrag ist, wenn man mehr düngt, über diese 50 Gramm Volldünger rausgeht, hat man mehr Kraut, aber nicht mehr Ertrag. Und wenn man zu früh viel Stickstoff gibt, das heißt also viel Volldünger oder mehr Stickstoffdünger, Volldünger ist ja ein bisschen ausgeglichener, aber es gibt ja auch Dünger, wo viel Stickstoff drin ist, dann geht das ins Kraut und dann können die Kleine, setzen die unten nicht an, dann wächst das alles oben raus, ins Kraut, man hat so hohe Kartoffelkraut. Und dann schießt es quasi durch den Stickstoff. Ja, durch den Stickstoff. Weil die Pflanze denkt, ich habe so viel Stickstoffe, ich kann mal jetzt ordentlich kraft machen. Ja, ich kann ordentlich wachsen. Und dann ist der Stickstoff weg aus der Düngung? Die vergisst die Knolle. Ja, okay. Es muss ein ausgeglichener Schickstoff-Kali-Phosphor-Verhältnis sein. Muss man die Kartoffeln in der Trockenzeit gießen oder sind die so tief drin und Wurzeln gut? Musste man früher nie, aber wir kommen immer mehr in Zeiten, dass man auch hier auf unserem Boden während Trockenperioden ordentlich gießen muss. Mhm, okay. Denn wenn es zu trocken ist, gibt es auch keinen Ertrag. Ja. Das stimmt. Und wenn man das Anhäufeln vergisst, bekommt man halt Kartoffeln mit Chlorophyll, die nicht mehr schmecken, ne? Ja, mit sehr viel Grün dran. Und man muss eben vorsichtig sein, wenn man in diesem Jahr die Knollenfäule hatte auf dem Stück, sollte man im nächsten Jahr möglichst keine Kartoffeln wieder hinpflanzen. Und du wechselst jetzt auch nach drüben, ne? Ich wechsle dann auf das andere Stück. Ja. Ja. und wurde ganz schnell wieder vergessen, weil man statt der Knollen die Früchte gegessen hat. Und die sind giftig. Oh nein. Da gab es viele Vergiftungen und waren dann, dann sind Jahrzehnte, eventuell sogar hunderte Jahre, so gut wie gar keine Kartoffeln angebaut. Bis man gemerkt hat, man kann diese ollen Knollen kochen? Und wo wieder gemerkt hat, wo wieder gemerkt hat, Knollen kann man anmachen, wenn man die Erdäpfel isst. Und die Erdäpfel sind ja sehr nährstoffreich und der hier in Norddeutschland die Kartoffeln wieder zum Anbau gebracht hat, war Friedrich der Große. Der hat im Osten seiner Provinzen, wahrscheinlich in Mecklenburg-Vorpommern oder da, den Bauern regelrecht befohlen, Kartoffeln anzubauen. Und dadurch sind die dann so breitgekommen. Ja, und heute kann man sich das gar nicht mehr vorstellen, Leben ohne Kartoffeln. Ja, aber eine Tragödie hat es auch gegeben mit Kartoffeln in Irland. Das muss 1850 ungefähr, ich weiß die Zahlen nicht genau, aber in der Zeit gewesen sein, da ist diese Krautfäule und dann auch die Knollenfäule dermaßen stark aufgetreten, dass sie so gut wie gar keine Kartoffeln geerntet haben, da sollen tausende von Menschen verhungert sein. Und da sind, da war dann die große Auswanderung, die Welle aus Irland nach Amerika, ist da gewesen. Okay, ja. Das ist noch so bei mir im Gedächtnis aus der Leerzeit. Ja. Da hat mich das nämlich immer interessiert. Okay, Mensch, ganz herzlichen Dank, Edu, für die vielen Tipps. Das ist so klasse, danke, danke, Edu, danke. Alles klar. Ich glaube, nächstes Frühjahr probiere ich das auch mal wieder irgendwo so einstreifen. Ja. Eigene Kartoffeln. Wenn du das willst, machen willst, dann würde ich den Streifen jetzt im Herbst schon umgraben. Ach, ja, ja, gute Idee. Denn du hast ja jetzt Rasen. Ja. Und den Rasen kriegst du im Frühjahr nicht fein genug. Und brauchen die denn viel Licht oder können die auch so Halbschatten wie bei dir hier? Am liebsten, am besten wachsen sie in volle Sonne. Okay, na gut. Also die erste Reihe hier im Schatten der Bäume war am schlechtsten in der Tracht. Ja. Okay, dann haben wir das auch noch mit abgedeckt. Ja. Deine Frau wartet mit dem Mittagessen auf dich. Sie hat eben schon gemeckert. Benedikt, mach's gut. Danke. Und sieh zu, dass der Film gut ankommt. Hier, komm. Das Mikro, ja. Dein Mikro. Danke. Ich kann da nichts mit anfangen. Nee.